Yo, hey Leute, was geht? Der Arthur ist mal wieder am Start, so, dass ihr mich besser sehen könnt, das Licht hier hin. Ja, ich habe ein neues Op-Sticker am Start, ähm, sieht so aus, das ist die Funk, ähm, Concretes, Körb. Ähm, ja, und sieht so aus, ne Körbhals und vorne halt Mosaics oder Kachel. Richtig gut, finde ich zumindest. Ja, ähm, bevor ich noch mehr mache, also ich habe die auch gestern, äh, heute und morgen gemacht und das Gips trocknet oder härtet wirklich recht schnell. Ja, und so sieht die denn aus, macht richtig Bock die zu fahren. Und, ähm, jetzt will ich von euch wissen, oder möchte von euch wissen, ähm, äh, wie ihr die findet. Vom Design her, vom, ja, ich mache nachher noch eine Mini mit der. Und dann könnt ihr mal so gucken, wie sich die fährt. Also, mir gefällt es auf jeden Fall. Und, ja, macht auf jeden Fall Spaß, auch da zu fahren. Ja, ähm, dann sagt ihr mir halt, wie ihr die so findet und dann mache ich vielleicht noch ein paar mehr. Ja, danke fürs Zuschauen, ich werde die nochmal, so, komplett reviewen, irgendwann mal. Also, danke fürs Zuschauen. Ja, ähm, abonnieren wird toll, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Alles klar, ja. Haut rein.